Alter, die haben ja richtig Schaden gemacht gerade, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt... Ich brauche jetzt irgendwie... Ich brauche jetzt was... Ich brauche jetzt ein bisschen Leben hier an. Ich habe es noch verkackt. Ich bin aus den Augen, Mädel. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal zurück, denn ich habe doch da hinten noch die Hälfte vergessen. Warte mal, den holen wir uns auch gleich hier. Ich glaube, in das Labyrinth hier gibt es noch so einiges zu finden. Denn es scheint hier alles doch irgendwie sehr versteckt zu sein, ne? Hier ist nochmal ein kleines Geheimnis, was wir lüften können. Ist auch wieder sehr schön. So, komm, Gorgon-Augen, Gorgon-Augen! Ja. Ich will unbedingt mehr Gesundheit haben. Es ist mir viel wichtiger als so ein blödes Kack-Magie- oder Waffenschaden. Alter, ich habe ihn schon wieder gefangen. Wo sind wir denn hier? Ah, da hinten geht es wieder zurück, ne? Dann gucken wir uns doch mal zuerst da hinten um. Ich möchte hier ja wirklich alles erkunden, ne? Ich möchte ja nichts verpassen. Das Ding geht bestimmt gleich wieder hoch. Hier sind wir gefangen. Aber hier können wir nochmal lang. Aber das ist nicht der Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Denn jetzt haben wir hier nämlich, glaube ich, schon wieder Arschkarte. Aber hier kommen wir jetzt ja wieder nicht rüber. Was müssen wir denn jetzt tun? Das hat mir überhaupt nichts gebracht, das Ding. Also gut, dann machen wir mal hier eine kleine Action hier, weil jetzt was passiert. Der Boden ist mit einem Text geschmückt. Wer den Stein des Hyperion besitzt, kann die wahren Wege der Götter erfahren. Schauen Sie in den Stein und erkennen Sie die Wahrheit. Mhm. 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 Oh, das ist jetzt wieder zeitbedingt hier, oder was? Wahrscheinlich. Mhm. Cool. Die Augen der Statue haben sich geschlossen. Der Effekt ist verschwunden. Jetzt habe ich aber trotzdem irgendwie die Hälfte verpasst, ne? Was ist denn, wenn ich hier jetzt runterspringe hier rechts? Weil hier unten gibt es doch bestimmt noch so einiges zu entdecken. Ich wollte hier doch nichts verpassen eigentlich. Aber hier geht es nochmal runter, Gott sei Dank. Wow, hier haben wir nochmal ganz schön viele Trüchen. Und die hier hinten möchte ich auch noch haben. Schau mir aus den Augen, Mädel. Auch ein bisschen verstecktes Ding hier. Ich weiß nicht, normalerweise soll man da vielleicht runterspringen. Oh, was können wir hier machen? Das Ding können wir verschieben. Können wir den Kelch da auch verschieben vielleicht? Nee. Aber was haben wir hier zu machen? Jetzt muss ich mal kurz mal hier gucken. Und hier glaube ich nix, ne? Weil hier kommen wir ja nicht mal rüber. Wo sollen wir jetzt was machen hier? Vielleicht hier runter? Wollen wir das mal da runterkippen? Ich weiß nicht, ob es geht. Wir können es möglichst probieren. Ich habe keine Ahnung. So, probieren wir es mal. Als komme ich nicht mehr hoch. Nein. Wo soll ich denn jetzt? Ah. Aha. Und jetzt? Was bringt uns die Geschichte jetzt? Da muss ich jetzt ran springen oder wieder was? Was tut sich denn da? Warum zeigen die mir da diesen Wasserfall? Was tut sich da? Ah. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass uns mal kurz überlegen. Ich müsste hier dann irgendwie was... Ach so, ach so. Die Treppe muss da hin, damit das Wasser dort reinläuft. Nein. Du hättest dich schon nochmal drehen müssen, Kratos, ne? Ist dir bewusst. Ja, wir müssen die gleich so gedreht. Ich weiß, normalerweise könnte man die da drinnen nicht drehen. Ich habe jetzt einfach auf Spielschwäche gehofft. Und gedacht, dass ich die im Endeffekt doch nochmal drehen kann. So, jetzt hätten wir das... Jetzt müsste hier hinten auch die Tür offen sein. Dann will ich jetzt auf alle Fälle noch die Truhen haben. So springt man aber nicht mit Frauen um, Kratos, ja? Das, was du verdienst, Pussy. Das, was du verdienst, Pussy. Ich töte dich, wenn ich die Chance habe. Ich glaube, das macht er schon von alleine. Scheiße. точ Ja, was passiert jetzt? Ist der Himmel erzaunt oder was? Die Natur ist böse. So, jetzt will ich erstmal die Truhen hier haben. Oh, was können wir hier noch machen? Warum muss ich die Tante jetzt mitnehmen? Lass sie doch liegen. Oder warte mal, die muss ich wahrscheinlich hier rauflegen, ne? Na komm. Wahrscheinlich ist es ein Fehler, denn ich kann bestimmt jetzt das Feuer gar nicht anmachen. Mir fehlt doch jetzt hier noch was. Die Sicht ist falsch. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. So weit dürfen wir dann doch noch nicht gehen. Ich muss mich hier erst nochmal umschauen, ganz in Ruhe. Jetzt muss der Effekt erstmal nochmal weg. Na komm. Oh, nun los. Vorhin ging er doch gleich weg. Geht doch. Ich will jetzt da rüber. Ich möchte ja... Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich komme zu den beiden Truhen hier nicht. Scheiße, warum geht das hier nicht auf? Da muss ich wahrscheinlich die Tante reinlegen, ne? Vielleicht ändert es sich, wenn ich den Kelch... Ob ich die da reinlegen kann, die Tante? Ich kann mit der nicht springen. Shit. Ich kann mit der Braut nicht springen. Hm. Was haben wir hier hinten? Wenn wir hier hinten jetzt erstmal das Feuer hier machen? Da haben wir auch nochmal einen Kelch. Was passiert, wenn wir den jetzt hier drücken? Okay. Okay. Aber das ist ja leider nicht von Dau... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt hier nochmal das Wasser aktiviere, also dass da Wasser reinfließt. Da ist doch vorhin so Wasser geflossen. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Wo liegt das Mädel? Wo liegt denn das Mädel? Hier liegt das Mädel. Was verknert sich denn? Kann man das nicht irgendwie wegdrücken, ey? Jetzt füllt sich der Kelch aber immer noch nicht. Muss ich jetzt, glaube ich... Was muss ich denn? Vielleicht muss ich irgendwas mit dem hinten noch machen. Genau, jetzt muss ich die Treppe da hinten entschieben. Weil der Kelch ist ja jetzt gefüllt, ne? Ein kleines Rätsel in God of War. So, dann hätten wir den. Gehen. Ja, toll, jetzt fließt da Wasser und jetzt schiebt sich der Kelch weg, oder was? Jetzt muss ich den hier bestimmt da runter machen. Nein, nochmal drehen. Ach, ich komme da nicht hin. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wie komme ich denn da jetzt hin? Ah, so muss ich das jetzt machen. Und jetzt muss ich die Tante da runter nehmen. Und dann geht dieser Effekt ja wieder weg da. Jetzt müssen wir kurz warten, bis das Ding hier weg ist. Bis das beendet ist. Und dann läuft das Wasser genau in den Kelch rein. Und dann müsste eigentlich wieder alles in Not sein. Ja, komm schon. Warum läuft jetzt da kein Wasser? Hä? Ist doch eben gerade die ganze Zeit Wasser gelaufen. Scheiße. Lass mich nochmal im Plan nochmal kurz überdenken. Da unten kommen wir nicht hin. Die Brücke muss irgendwie weg. Was ist denn, wenn ich hier raufgehe? Ah, wo läuft es jetzt runter? Es läuft ja immer noch da runter. Scheiße. Ich muss irgendwie die hier vorne wegkriegen. Die muss irgendwie weg. hmmm. Nein. Mensch, Mädel. Wo kommen wir denn hier hin? Ja, das würde mir hier aber nichts bringen, glaube ich. Ich muss irgendwie den Fluss ändern. Aber wie ändere ich den Fluss? Jetzt kommt es da raus. Und jetzt? Hm. Vielleicht muss ich die Treppe jetzt irgendwie hier hinstellen? Nee. Scheiße. Mist. Was muss ich jetzt machen? Der Kelch ist fest. Hier komme ich nicht durch. Der Kelch ist auf alle Fälle voll. Das Wasser tropft da rauf. Und hier hinten komme ich mit der Treppe nicht her. Und den Kelch kann ich hier auch nicht herschieben. Warte mal. Muss ich hier oben jetzt irgendwas machen? Äh. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich jetzt hier? Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht runter, ey. Junge. Nein. Da hätte ich mal rüberspringen können. Aber das funktioniert auch nicht. Denn ich müsste die Olle ja... Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Was ist denn das Ding jetzt hier? Wo ist denn die komische Treppe jetzt hin? Das funktioniert aber, glaube ich, auch nicht. Weil das nicht so hoch ist. Ich bräuchte eine Treppe, die flacher ist. Oder durch die Sicht könnte ich da... Könnte das gehen. Doch, warte mal. Mensch, alter Junge. Jetzt lege ich die Braut mal kurz hier rauf. Dann muss ich das so schieben, dass das augenscheinlich so aussieht. Jetzt könnte ich da rüber laufen, genau. Jetzt nehme ich mir die Braut... Und werfe die da oben rein. In den Kelch. In den Kelch. Jetzt komme ich hier aber natürlich nicht mehr lang. Das ist auch wieder ganz logisch, ne? Jetzt nehme ich dich auf, Lady. Und jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich gar... Es ist so logisch. Es ist wirklich so logisch. Jetzt stelle ich mich nochmal rauf. Ich hoffe, das funktioniert. Und hoffentlich komme ich jetzt hier lang. Es könnte knapp werden. Es könnte wirklich knapp werden. Komm, 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 komm. Wow, wow, wow. Jetzt liegt die Tante drin. Jetzt erhebt sich da das Ding. Ah, und jetzt kann ich da dann hochlaufen, okay? Stelle ich mich hier nochmal rauf. Jetzt aber ganz schnell. Komm, Kratos, komm, beeil dich. Nein. Warum hat er das denn jetzt schon weggemacht? Ja, dann brauche ich jetzt aber irgendwas schweres, was hier noch drauf kann. Das nicht jetzt schon wegdrücken. Ich glaube, ich schaffe es wieder nicht, weil es zu wenig Zeit ist. Alter! Ja, aber wie komme ich denn jetzt hier weiter? Was hat es mir denn jetzt überhaupt gebracht? Die Tante jetzt hier reinzulegen? Achso, warte mal. Jetzt kann ich den ja wieder wegmachen. Dann kann ich den wieder hier raufschieben. Und dann müsste das ja gehen. So, jetzt aber. Oh, jetzt muss ich mir das wieder angucken hier. Ist das traurig, ist das traurig. Jetzt haben wir es aber, oder? Jetzt haben wir zwar die Hälfte irgendwie an Erfahrungspunkten liegen lassen, weil ich da irgendwie nicht hingekommen bin. Aber zumindest sind wir hier durch. Das ist traurig, wirklich. Das riecht mich auch ein bisschen auf. Aber ich glaube, da hätte ich am Anfang ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ich hätte nicht durch den Tunnel gehen dürfen. Dann hätte das höchstwahrscheinlich funktioniert. Und dann wird das. eine andere sicht der dinge jetzt muss ich mir die viecher schnappen da kommt man einfach runter gesprungen total gefällt kann ich die eigentlich auch greifen wenn ich nicht diese waffe ausgerüstet habe ich glaube nicht nur komm 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 es ist schon reichen denke ich ja sehr gut komm lass dich fein mädel dass du dich jetzt mal fallen hier so dann füllen wir uns noch mal komplett auf das ist eigentlich alles voll aber hier um die erfahrung die man noch mal mit weil ich glaube irgendwie jetzt haben wir 76 will ich bloß mal ganz kurz was testen jetzt haben wir ja hier gespeichert haben 76 erfahrung wenn ich jetzt neu lade wartet man mir war so als wenn neustart vom letzten kontrollpunkt möchten sie wirklich neu starten ja dann jedoch nicht ich habe gedacht es funktioniert was passiert wenn wir hier können wir das tor wahrscheinlich mit aufmachen tut sich erstmal gar nichts oder doch ein tunnel offenbart sich ja leute in diesen tunnel gehen wir rein aber erst in der nächsten folge wenn euch das video gefallen hat würde ich euch bitten vergesst bitte die kommentare und die likes nicht ich würde mich freuen was haben wir denn hier noch vergesst bitte die kommentare und die likes nicht wie gesagt und ganz wichtig abonniert mich ja das ist noch wichtiger als alles andere verpasst somit auch keine videos mehr und ja schönen abend wünsche ich euch danke fürs zuschauen tschüss ja 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 ja